Ich habe die Kamera dabei. Hey Leute, ich bin bei der Feuerwache 1 Köln Innenstadt. Ich filme für euch. Viele Fans haben sich das gewünscht, weil sie leider nicht hinkommen können. Frankreich, Bulgarien wohnen. Es macht Spaß. Viele sagen, du hast einen Kanal gestört. Ja und es ist mein Hobby, beruflich bin ich Reporter, das wisst ihr alle. Warum sollen wir nicht einmal diese berufliche-private Situation verbinden? Also wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir in der Beschreibung ein paar Infos, ein paar Links. Wie gesagt, viel Spaß. Wie gesagt, viel Spaß. Vielen Dank.